Wir haben mal angefangen, Suchmaschinenoptimierung, AdWords einzusetzen, haben aber gemerkt, dass es nicht ganz so viel bringt. Mittlerweile benutze ich als Vertriebsweg das reine Netzwerken an sich, aber auch sehr, sehr viel über Empfehlungsmarketing. Ich bin sehr gut vernetzt in der Bremer Wirtschaft und kenne mich sehr gut aus, welche Unternehmen wo und wie tätig sind und umgekehrt kennt man mich natürlich auch. Darüber kommen mittlerweile sehr, sehr viele Aufträge bei uns rein und natürlich auch über sehr zu viele Kunden, die uns dann weiter empfehlen.